Hallo, willkommen zum Video zum Thema Gentechnik bei Tieren. In diesem Video definieren wir, was genetisch veränderte Organismen und transgene Tiere sind. Wir besprechen die Grundlagen der hierfür angewendeten gentechnischen Methoden. Außerdem besprechen wir die Anwendungsgebiete der Gentechnik bei Tieren. Dieses Video baut auf folgendem Vorwissen auf. Dir sollte bereits bewusst sein, was Gene sind. Du solltest dir über den Genaufbau im Klaren sein und wissen, wie die Genexpression abläuft. Tiere, bei denen Gentechnik angewendet wurde, werden als genetisch veränderte oder genetisch modifizierte Organismen bezeichnet. Man benutzt auch die Abkürzung GMO oder auf Englisch GMO. Dieser Begriff beschreibt Organismen, deren Erbanlagen, also DNA, mittels gentechnischer Methoden gezielt verändert worden sind. In Zusammenhang mit Gentechnik bei Tieren wird auch der Begriff transgene Tiere verwendet. Dabei handelt es sich um Tiere, denen ein artfremdes Gen übertragen wurde. Somit können diese Tiere neue Eigenschaften aufweisen. Wie läuft die Herstellung transgener Tiere ab? Nehmen wir als Beispiel ein menschliches Gen, das für ein bestimmtes Protein kodiert und das in ein Tier eingepflanzt werden soll. Als erstes werden aus einem menschlichen Organismus Zellen entnommen, aus denen wird das entsprechende Gen isoliert, das für das gewünschte Protein kodiert. Das Gen muss danach mit einem geeigneten Promotor zusammengebracht werden. Dieser Schritt ist wichtig, damit das Gen im fremden Organismus, also im Tier, auch exprimiert werden kann. Dieses Konstrukt wird auch transgen genannt. Beim nächsten Schritt werden einem weiblichen Tier Eizellen entnommen. In einem Reagenzglas führt man eine künstliche Befruchtung durch. Bevor der mütterliche und der väterliche Kern zusammenschmelzen, spritzt man mithilfe einer sehr dünnen Pipette eine große Zahl an Kopien des Transgens in einer der sogenannten Vorkerne. In ein paar wenigen dieser befruchteten Eizellen wird das Gen erfolgreich eingebaut. Nachdem die Verschmelzung der Kerne erfolgt ist, werden diese sogenannten Zygoten in eine Leihmutter überführt. Man spricht von einem Transfer. Nicht alle Zygoten überleben diesen Schritt. Ein sehr kleiner Teil entwickelt sich erfolgreich im Mutterleib und es kommt dann zur Geburt des transgenen Nachwuchses. Gentechnik bei Tieren findet eine breite Palette an Anwendungen. Zum Beispiel in der Humanmedizin, zur Verbesserung tierischer Produkte, in der Tiermedizin bzw. Tiergesundheit. Wir wollen auf einige dieser Punkte genauer eingehen. Ein vielversprechendes Anwendungsgebiet stellt die Humanmedizin dar. Transgene Tiere dienen hierbei der Produktion therapeutischer Proteine. Man benutzt hierfür auch den Begriff Farming. Es handelt sich um ein Wortspiel, das aus den englischen Wörtern Farming für Landwirtschaft und Pharma abgeleitet wird. Ein berühmtes Beispiel war das transgene Schaf Polly. Dieses wurde so genetisch manipuliert, dass es in ihrer Milch den menschlichen Geringungsfaktor 9 produzierte. Dieser kann zur Behandlung der Bluterkrankheit benutzt werden. Bei der Erforschung einer Vielzahl von Krankheiten dienen genetisch veränderte Tiere als Krankheitsmodelle. Man spricht von Modellorganismen. Zum Beispiel kann Krebs durch gezielte Genmanipulation in Mäusen erzeugt werden, zum Beispiel bestimmte Arten von Tumoren. Die sogenannten Knockout-Mäuse spielen eine besondere Rolle bei der Erforschung von Krankheiten. Bei diesen Mäusen wurden ein oder mehrere Gene gezielt deaktiviert. Dadurch können sich unterschiedliche Krankheiten simulieren. Dies trägt zum Verständnis der Krankheit bei und kann bei der Entwicklung von Medikamenten hilfreich sein. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Organzucht. Hierbei kommt es zur Nutzung transgener Tiere als Organspender. Man spricht auch von Xenotransplantation. Das Problem, das dabei auftritt, ist die Abstoßungsreaktion im Körper des Empfängers. Die Abstoßungsreaktion ist eine starke Reaktion des Immunsystems. Diese beruht auf bestimmten Molekülen auf der Oberfläche der Zellen. Diese Oberflächenmoleküle werden auch Antigene genannt. Diese Antigene werden von bestimmten Enzymen synthetisiert. Diese Enzyme werden wiederum von bestimmten Genen in der DNA kodiert. Bei transgenen Tieren, die zur Organspende verwendet werden sollen, kann dieses Gen gezielt ausgeschaltet werden. Die Oberflächen der Zellen dieser transgenen Tiere weisen diese spezifischen Antigene nicht mehr auf. Die starke Immunantwort unterbleibt. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Verbesserung tierischer Produkte. Eine erhöhte Fleischleistung, also eine größere Menge an Fleisch pro Tier, lässt sich durch das Einfügen von Genen bewerkstelligen, die für Wachstumshormone kodieren. Die ersten transgenen Nutztiere, die auf den Markt gekommen sind, waren transgene Lachse. Diese wuchsen schneller und zu größeren Fischen heran als die normalen Lachse. Auch die Fettverteilung oder die Fettzusammensetzung kann verändert werden. Zum Beispiel zur Herstellung von fettarmer Wurst. Auch die Milchzusammensetzung kann verändert werden. So wäre es zum Beispiel möglich, Milch herzustellen, die den Milchzucker Laktose nicht enthält. Oder das Milcheiweiß Casein nicht enthält. Auch die Eigenschaften der Wolle könnten zum Beispiel verändert werden. Die Gentechnik findet auch Anwendung in der Tiermedizin oder in der Tiergesundheit. Zum Beispiel bietet die genetische Immunisierung, dass bestimmte Tierarten gegen bestimmte Viren oder Bakterien oder andere Krankheitserreger immun sind. Die Stadt von der Tierzegeада iseden Vielen Dank.